Guten Tag, mein Name ist Sascha Rahm und manchmal höre ich, es ist so anspruchsvoll, unser Beruf, es ist aufwendig, dem Kunden zu helfen und an der Stelle sage ich immer, freue dich, dass es anspruchsvoll ist, denn wenn es leicht wäre, wenn es jeder könnte, dann würdest du nur ganz wenig oder gar kein Geld dafür bekommen. Wenn du eine echte, mehrwertige Beratung machst, dann ist die anspruchsvoll und du wirst gut dafür entlohnt. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ein Kunde anspruchsvoll ist, wenn ich mein Know-how und meine Kompetenz zeigen kann und wenn wir mehr darüber wissen, dann schreib mich an, wenn ich an.